es ist die schwierigkeit zwischen verarschen oder weißt du mich komplett verarscht ich kann ja nichts ändern geht nicht niedriger warum kann der checkpoint nicht nach dem verdammten fahrstuhl sein warum nicht mit dem rücken an die ausgangstür so könnte man ich glaube ich muss langsam aufhören ich raste hier noch völlig aus ja schön die schießen schon alle auf mich während die zwischensequenz abläuft das ist doch wieso läuft der so komisch wieso stimmt der nicht was ist das wirklich den arschloch du dreckiges wo ist er hin wo ist er hin ich fahre du schießt bist du bescheuert oder was ich komme mit der steuerung nicht zu fahren ich soll jetzt auf den Mund ich fahre du schießt bist du bescheuert oder was ich komme mit der steuerung nicht zu fahren ich soll jetzt auf den Mund sowieso na kl어 ok öl Das ist auch immer so unlogisch. Ich brauch übelst viele Schiff. Pass auf, wenn ich hier auf so'n... Ne, das ist nicht euer Ernst. Das ist echt jetzt nicht euer Ernst, ey, Leute. Crazy, du bist so dran, Junge. Du bist so dran, du darfst... Boah, du... Alter, mir fällt schon irgendwas ein. Irgendwas fällt mal ein. Irgendwas fällt mal ein. Boah, das ist ein Dreck. Und das sind unsere... Ich brauch auf die Motorräder 50 Schuss. Und hier, guck mal, Auto. Ein Schuss. Was ist das so'n Schwachsinn? Na, wär noch Dauerfall, ne? Ja, lad doch mal langsam ab. Ich hab's gesehen, wie schnell der da reingefahren ist. Ach, alter. Ich hab's gesehen, wie die Leine verfickte Bühne gerührt. Alter, alter, alter. Mann war das spannend Jetzt Warum steht der hinter dem Motorrad wenn ich das hochjagd? Leute, ne das geht so nicht oder? Das ist doch scheiße Oh, still geflogen Warte, ich leide nach, Moment, kommt näher Ach, warten wir mal Alter, wo denn, wo denn? Wie spät haben wir es denn jetzt überhaupt? Wie lange habe ich denn Aufnahmen? So wenig Was ist jetzt schon wieder? Hallo, ich schieße mit einem MG auf den Ich schieße den vollen Rücken, da spritzt gut Und was macht der? Er fährt weiter Alter, geht doch weiter Aber wieder ist es so scheiße schlecht Macht keinen Spaß Hat überhaupt keinen Spaß Geht doch jetzt mal kaputt Was? 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 Ich weiß nicht, dass du blieb, wie schön ist. Blieb ist nicht das gleiche als sterben. Und ich zeige dir die Unterschiede, wenn du mir nicht sagst, wo die anderen Leute da waren, die da waren. F*** dich! Schau, blieb! Ich habe keine Probleme mit einem Bisschen zu machen. So simple. Big Bossman... ...want zu Looky und Dead. Dann... ...we find out if y'all is alive... ...and... ...and... What do you mean? Who gave the order? My then... ...puss a brother to y'all... ... Jake? What the hell happened? ... 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 alter alter ich will das nicht mehr spielen nicht bestimmen man nicht schafft das okay der lebeck geschützt okay okay ein paar Jahre später habe ich etwas illegales Boxing in Blackfield vielleicht wäre ein guter ein großer Irrisch-Gangmann der Mieter ein Starfighter sagte zu kämpfen ich weiß nicht, wo es genau ist aber es ist ein junger Mann Der Mann ist auf der Coyote Rock, ex-Boxer. Er könnte es wissen. Ich hörte, dass er tief in die Hälfte getötet wurde. Ich habe das Gefühl, was ich gesagt habe, Meat Hook ist ein Starfighter für eine Grunde. Eine andere Option ist kein Picknick. Du hast gesehen, wie es die Drogen funktioniert. Die Dävel ist von der Show in diesem Staat. Ich hörte von einem Mann, der von einem Mann getötet von einem Mann in der Hand. Ich habe keine Probleme gefunden zu finden. Er nennt sich Dr. Blotter. Du machst das, was du musst. Du bist smart. Du bist sicher. Du bist sicher. Ich kann nicht weitergehen. Ach ja. Willkommen in der Dead End. Jake's Heimatstadt. Triff deine Vorbereitungen mit den Anlagen, die du hier findest. Dieser Soldat betreibt einen von Tyrells. Du kannst hier Waffen, Munition und Fertigkeiten kaufen. Ein Drogenhändler operiert aus der Dood Plastik. Verkaufe ihm deine Drogen, um zusätzlich Einkommen zu erzielen. Als Zusatzeinkommen. Betrieb Max Werkstatt und Jake's Bike umzugestalten. Finde Karten und Farbdosen, um neue Gegenstände freizuschalten. Diese Informationstafel der Werkstatt hält deinen Fortschritt fest. Du kannst ja auch eine Mission nochmals spielen oder sie neu starten. Warte, war das jetzt ein Witz? Du willst mir doch jetzt nicht erzählen, dass das Spiel jetzt erst richtig anfängt, oder? Dass das jetzt vielleicht alles Tutorial war oder so. Und ich höre schon wieder unten die doofen Kommentare. Auf Youtube die doofen Kommentare. Ja, warum spielst du denn das Spiel? Mein Gott, verfolgt unseren Kanal. Dann weißt du doch, warum ich das Spiel spiele. Wieso denn falsche Richtung? Leute, ey, wo muss ich denn jetzt verkackt nochmal hin? Nein, so. Und ihr? Was spielt ihr hier von der Rolle, ihr Vögel? Bui. Möchtest du ja einfach zusammenschlagen, ja? Hi. Ja. Na, kann man nicht. Alter, was war das? Das hab ich jetzt gerade angenießt. Alter, hör auf zu nie. Das ist noch gut. Alter. Ah, ich kann es hier. Ich muss da rein, denke ich. Okay, was macht er noch mal? Ehe. Hm. Was? Oh, ich fühle mich mit Drogen. Zack. Diesen Vorgang abbrechen. Ach so, F1 bestätigen. F1. Natürlich, F1. 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 ja gabel Mit Töchchen. Die Rolltasche. Das Vorderer. Wie sich die Grafik erst auffällt. Die Textur. Ja. Kurz Flügel vorne. Was kostet denn das gar nichts mehr? Was ist das denn? ziehen das lustige sogar ganz so dass sie ganz anders aussehen als auf den bildern ja linker Schönen wir mal auf die Radam. das sind gerade natürlich natürlich ich finde gerade ein vorderrad verschieden ist es zu vorderen ja gibt es auch so ein bisschen auswahl und so ein totenkopf der sitz das ist doch drauf so bei klack jung alle teile erhaut schwarz finde ich irgendwie ein bisschen ich habe so kein bock da beigte malen wie bemalen das sieht man kaum ja gut so zurück cool cool